Hallo, wir sind Dermalogica. Als Hautpflegeexperten steht die Gesundheit der Haut für uns im Vordergrund und das seit 35 Jahren. Um Dich regelmäßig mit Infos und Neuigkeiten zu versorgen, gibt es jetzt unseren Podcast Dermalogica Skin Talk. Hol Dir Deine Hautpflegetipps direkt von den Dermalogica Experten und freu Dich über gesunde, strahlende Haut. Hallo und herzlich willkommen zum Dermalogica Skin Talk. Wusstet Ihr eigentlich, dass weltweit bis zu 70% der Menschen unter empfindlicher Haut leiden? Und diese Zahlen steigen leider immer weiter an. Was ist die Ursache? Also empfindliche Haut kann genetisch bedingt sein, aber auch hervorgerufen werden durch den Lebensstil und oder bestimmte Umweltfaktoren. Und obwohl das ja eigentlich zwei verschiedene Dinge sind, gibt es eine Gemeinsamkeit bei beiden Ursachen. Was das ist und was Ihr machen könnt, um Eure Haut wieder in die Balance zu bekommen, das vergräht Euch gleich die Vera. Hi Vera! Hallo! Vera, erklär uns doch mal bitte, wie man erkennt, ob man eine empfindliche Haut hat. Also der Begriff empfindlich wird erstmal im Allgemeinen verwendet. Und tatsächlich haben die meisten Menschen aber keine empfindliche, sondern eine sensibilisierte Haut. Also wo ist da der Unterschied? Empfindliche Haut ist genetisch bedingt. Das heißt, ich komme damit auf die Welt. Das ist ein Hauttyp. Und das ist ein ererbtes Merkmal. Und da können wir daran arbeiten, die Symptome zu hemmen und zu kontrollieren. Aber ich werde immer diesen Hauttypen, empfindliche Haut haben. Und die sensibilisierte Haut, das ist kein Hauttyp, sondern ein Zustand. Und das bedeutet, dass im Prinzip grundsätzlich jeder Mensch auch mal eine Phase haben kann, wo die Haut sensibel und irritiert ist. Kennen wir wahrscheinlich auch selber, wenn es vielleicht auch etwas kühler wird, Winter ist, dass man generell mehr dazu neigt, dass die Haut da auch empfindlicher ist. Und Gründe dafür können dann auch externe Faktoren sein. Bei beiden sieht man aber auch immer die Rötung, Trockenheit, Spannungsgefühl, dieses typische, ja, ich sage immer dieses unwohle Hautgefühl. Ja, ja. Genau. Und wie gesagt, die meisten Menschen haben gar keine empfindliche Haut, sondern wirklich eine sensible Haut durch äußere Faktoren. Und da lässt sich schon ganz, ganz viel tun, wenn man einfach das Lifestyle-Management mal überdenkt. Ja, was sollte ich denn, worauf sollte ich denn achten? Also worauf oder womit kann ich denn meine Haut eigentlich sensibilisieren? Ja, und da kommt jetzt eine ganze Menge erstmal wieder. Also es ist wirklich ganz, ganz viel und es macht dann auch wirklich Sinn, wenn man sich einmal hinsetzt und darüber nachdenkt, okay, was ist jetzt tatsächlich die Ursache oder könnte ein Auslöser sein? Da haben wir zum einen tatsächlich Umweltverschmutzung, also chemische Umweltschadstoffe wie Feinstaub ist häufig eine Ursache der Sensibilisierung und Untersuchungen haben auch gezeigt, dass diese Entzündungen, die dann entstehen in der Haut, zur Hautalterung führen können. Dann haben wir Lifestyle, alles was dazu gehört, also Rauchen, Ernährung, UV-Belastung, alles das kann dazu auch führen, dass die Haut sensibler wird. Dehydration ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn die Dehydration oder auch Feuchtigkeitsmangel in der Haut, die hat beeinträchtigte Barriere. Da komme ich auch gleich nochmal dazu, um zu erklären, was ist eigentlich die Barriere, nochmal die Barrierefunktion. Man liest es ja auch häufig, wie wichtig das ist. Ja, genau, genau. Und das sorgt nämlich dafür, wenn die Barriere gestört ist, dass Mikroorganismen Schadstoffe in die Haut eindringen können und die Haut dann reizen können. Dann gibt es aber auch noch diesen Aspekt überpflegte Haut. Also exzessives Reinigen, Peelen oder auch nicht hautneutrale Reinigungsprodukte können auch hier wieder die Hautbarriere angreifen und die Haut sensibilisieren, genauso auch wie Verletzungen auf der Haut. Dann haben wir auch wieder diesen ganzen Packen Inhaltsstoffe, also austrocknende Alkohole, Parfumstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe. All das kann dazu führen, dass auch wiederum die Barriere-Lipide abgetragen werden von der Haut, die Haut gereizt werden kann. Und dann ist die Haut auch empfindlich und sensibilisiert. Dann Entzündungen. Wir sind noch nicht am Ende, okay. Wir sind noch nicht am Ende angekommen. Entzündungen, aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man so an Hauterkrankungen denkt. Also Hauterkrankungen wie bei Rosazia, Neurodermitis, Psoriasis. Also auch hier liegt immer eine Dysfunktion des Immunsystems zugrunde, was auch dauerhaft zur Entzündung führt. Und dann ein wichtiges Thema zum Abschluss tatsächlich Stress. Also emotionaler Stress, chronischer Stress kann zu Juckreiz führen, Wundheilung vermindern. Und das liegt einfach daran, dass das Stresshormon dauerhaft erhöht ist. Und das führt dazu, dass wir Entzündungsreaktionen im Körper haben. Und das wiederum führt zu Hautproblemen bis hin auch tatsächlich zu Gesundheitsbelangen. Ja, ich meine, das sind ja total viele Punkte, die du jetzt genannt hast, mit denen man seine Haut sensibilisieren kann. Da wundert es einen ja nicht, dass die Anzahl der Menschen, die sich selbst als sensible Hauttypen beschreiben, immer mehr ansteigt. Weil die meisten unterscheiden ja nicht zwischen sensibler, also empfindlicher Haut und sensibilisierter Haut. Für die ist das im Grunde alles gleich. Aber das ist ja wirklich wahnsinnig viel. Wie ist denn das eigentlich? Kann man denn auch sagen, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen einer empfindlichen, also du hast es eben beschrieben als genetisch bedingte empfindliche Haut und eine sensibilisierte Haut. Haben wir da was Gemeinsames? Ja, das ist die gestörte Hautbarriere. Genau, was ich schon gesagt habe. Also Hautbarriere ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn die Hautbarriere sorgt im Prinzip dafür, dass wir geschützt sind, dass die Haut geschützt ist, auch vor Eindringlingen. Und man kann sich das vorstellen, dass unsere Hautbarriere wie so eine Mauer aus Stein und Mörtel ist. Also die Steine, das sind unsere Hautzellen, die Korneozyten und der Mörtel, das sind im Prinzip unsere Barriere-Lipide. Also diese Barriere-Lipide sorgen dafür, dass die Feuchtigkeit in der Haut gehalten wird. Und diese Barriere-Lipide bestehen aus verschiedenen Bestandteilen. Zum einen, das ist ganz wichtig, Ceramide. Ja. Hat man vielleicht auch schon mal gehört, dass Ceramide wirklich wichtig sind, auch für die Haut. Fettsäuren und Cholesterol. Das sind so die Hauptbestandteile dieser Barriere-Lipide. Und da ist auch schon ein Ansatz tatsächlich, je älter ich werde, desto weniger Barriere-Lipide bilde ich aus. Deshalb muss ich auch schon dann schauen, je älter ich werde, dass ich meiner Haut genügend Lipide zuführe, damit einfach die Barriere intakt ist. Und gerade bei genetisch bedingter Haut ist einfach ein Mangel an Barriere-Lipiden da. Und da muss ich wirklich schauen, dass wir gerade genetisch bedingte Haut dauerhaft auch unterstützen, weil die Haut wird auch dünner, ist angreifbarer und müssen sie da einfach schützen und stärken. Ja, absolut. Und das eine ist ja dieses Gefühl, was man in der Haut hat, also das Jucken und das Spannen und manchmal auch so ein Brennen. Aber das andere ist ja, was viele auch nervt, die äußerlichen Anzeichen. Also da rötet sich das, da schubbt es. Und das sorgt ja auch dafür, dass sich viele, die eine empfindliche oder sensibilisierte Haut haben, damit auch sehr unwohl fühlen, weil man das so sieht. Ja, absolut. Gerade so diese Flaschs, die dann auftreten, die Rötungen, das Schuppige. Ja. Und eine dauerhaft empfindliche Haut altert auch tatsächlich schneller. Ich habe das ja eben auch schon mal gesagt. Okay. Gerade wenn ich das dauerhaft chronisch habe, altert die Haut viel, viel schneller. Und wie geht das? Was passiert da in der Haut? Also im Prinzip ist es ja so, sobald ich jetzt einen Juckreiz habe, wenn ich eine Rötung sehe, habe ich automatisch schon eine kleine Entzündung in der Haut. Und das bedeutet, dass mein Immunsystem richtig arbeitet. Da werden dann Enzyme auf die Reise geschickt oder Enzyme setzen auch gewisse Botenstoffe frei, weiße Blutkörperchen, um diese Entzündung in den Griff zu bekommen. Ja. Und da passiert dann aber auch gleichzeitig, dass wichtige Substanz in der Haut abgebaut wird. Also unsere elastischen Fasern, die Kollagenfasern. Und da wissen wir auch, die Kollagen und die elastischen Fasern sorgen dafür, dass im Prinzip unsere Haut schön prall und fest ist. Das ist so wie ein Gerüst. Okay. Das wird dann abgebaut, genauso wie die Hyaluronsäure. Und dadurch werden dann die Falten sichtbar, die Haut wird unelastischer und ja, erschlafft tatsächlich auch. Und kann man dann tatsächlich sagen, dass überall da, wo eine Rötung ist, ist auch schon diese kleine Mikroentzündung, die gegebenenfalls zur Hautalterung führt? Könnte man das so verallgemeinern? Ja, absolut. Wow. Das heißt also auf der anderen Seite auch, wenn ich eine sensible und empfindliche Haut habe und wenn ich die beruhige, ist das ja eigentlich im Umkehrschluss schon auch so der erste Schritt in Richtung Anti-Aging? Oder ist das jetzt zu weit hergeholt? Nein, absolut. Also das ist der erste Schritt, die Haut zu beruhigen. Deshalb auch immer mal schauen, so beim Wetterumschwung. Das kann auch tatsächlich schon durch das Wetter Wetterbedingt sein. Und ja, da muss ich natürlich auch nochmal schauen. Ich habe einmal das Wetter, aber es gibt ja auch verschiedene Trigger, also Ursachen. Und da sollte man wirklich gucken, welche sind das? Und im besten Fall können wir die natürlich auch ausschalten. Bei Stress ist es natürlich ein bisschen schwierig, den abzustellen. Und ich sollte natürlich dann direkt mit den geeigneten Produkten handeln oder arbeiten auf meiner Haut. Und da haben wir jetzt von der Malogica unser Ultra-Calming-Sigment. Das sind spezielle Produkte, die haben so einen fliederfarbenen Streifen und die sind ganz genau abgestimmt auf diese Hautbedürfnisse. Also wir beruhigen sofort die Rötungen, wir machen sie widerstandsfähiger, versorgen die Haut mit Feuchtigkeit. Und wir können auch hier wieder in diesem Baukastensystem arbeiten, gerade wenn ich wirklich genetisch bedingt eine empfindliche Haut habe, dass ich dann auch das ganze Segment nehme. Oder auch wenn ich gewisse Phasen habe, dass ich dann spezielle Hauptprodukte aus der Pflege dann verwende. Das Tolle ist auch, dass wir da eine richtig intensive Wirkstoffmischung enthalten haben aus verschiedenen Pflanzenextrakten, Lipidmischungen, wo die Wirksamkeit auch durch klinische Studien belegt ist. Okay, und du hast jetzt eben gerade darüber gesprochen, vielleicht fassen wir das auch nochmal zusammen. Dieser fliederfarbene Streifen auf der Umverpackung, der hilft natürlich allen, die jetzt im Grunde im Regal nach den Produkten schauen wollen. Also man kann daran auch unsere einzelnen Segmente erkennen. Und was du auch gesagt hast, das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass wir dieses Baukastensystem haben. Also man muss nicht die gesamte Linie nehmen, sondern man baut sich die einzelnen Produkte unserer gesamten Range so zusammen, dass sie für den Hautzustand geeignet sind. Und du hast eben erwähnt, wenn ich also dauerhaft empfindliche Haut habe, also regelmäßig, immer wieder vielleicht auch jemand bin, der sowieso zu einer ganz dünnen, zarten Haut neigt, so rothaarig ist etc., vielleicht auch Allergien hat, dann kann das sein, dass ich die ganze Linie verwende. Und wenn ich nur hin und wieder entsprechende, ja ich sag mal, rote Flecken bekomme oder hin und wieder mal eine gestresste Haut habe, dann kann das auch sein, dass ich mit einem einzelnen Produkt aus der Linie super zufrieden bin. Ja, und natürlich Trommelwirbel, jetzt ist es wieder Zeit für ein ganz neues Produkt, das uns die Vera vorstellen kann, was natürlich zu diesem Thema genau passt. Unsere neue Stabilizing Repair Cream. Ich habe eben schon Anlauf genommen und habe erzählt, ja welche Inhaltsstoffe in der Ultracalming-Serien-Segment vorkommen. Habe da schon ganz begeistert mit den Händen gewedelt, denn man merkt schon, es geht auch wieder Richtung Inhaltsstoffe und hier haben wir auch wieder ein ganz tolles neues Powerprodukt. Und mit Sicherheit kann das jeder von uns entweder phasenweise verwenden oder auch dauerhaft. Denn diese Pflege, es ist eine Feuchtigkeitspflege, sorgt dafür, dass die Haut sofort nach dem Auftragen beruhigt wird. Und das nicht nur in dem Moment, wo ich das auftrage, also temporär, so wie beispielsweise handelsübliche Produkte häufig arbeiten, sondern ich sorge dafür, dass die Haut dauerhaft widerstandsfähiger wird. Und wie macht sie das? Genau mit unseren tollen Inhaltsstoffen. Wir haben da einen Dermalotica-Ceramid-Komplex. Und ich habe ja eben schon gesagt, Ceramide sind Bestandteil oder ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Barriere-Lipide. Und im Alter oder auch bei einer genetisch bedingten Haut werden ja diese Barriere-Lipide nicht ausreichend produziert. Und unser Ceramid-Komplex sorgt jetzt dafür, dass die hauteigene Ceramid-Produktion angeregt wird und wieder genügend Barriere-Lipide gebildet werden. Das heißt, die Haut ist nicht nur temporär oder in dem Moment beruhigt, wo ich das Produkt auftrage, sondern wird mit der Zeit wirklich widerstandsfähiger. Okay, da würde ich jetzt mal gerade zusammenfassen, was ich jetzt mitgenommen habe. Ganz wichtiger Unterschied. Es ist nicht etwas, was nur kurzfristig wirkt, sondern es sorgt dafür, dass langfristig die Barriere der Haut wieder aufgebaut wird. Also so quasi Hilfe zur Selbsthilfe eigentlich. Ganz genau, ja. Okay. Und wir haben eine tolle Balsam-Creme-Formel, also schmilzt richtig schön auf der Haut, ist wirklich für jede Haut geeignet. Wir haben eine tolle Pflanzenmischung enthalten. Unter anderem haben wir ja, wie gesagt, diesen Ceramid-Komplex enthalten, aber auch Zika. Und Zika sorgt dafür, dass Feuchtigkeit gespeichert wird, dass also die Feuchtigkeit in der Haut gehalten wird. Dann haben wir die Auferstehungspflanze, die zusätzlich die Hautbarriere stärkt. Tasmanischer Bergpfeffer, angebaut in Australien, beruhigt die Haut sofort und nimmt auch sofort diesen Juckreiz und dieses Kribbeln und Brennen. Ich sage da immer gerne so dieses unwohle Hautgefühl. Ja, das ist wirklich voll unangenehm. Also das kenne ich auch, gerade wenn ich so einen Allergieschub habe. Und es ist so unangenehm, dieses Jucken und Brennen. Man fühlt sich so, als wenn man eine Austauschhaut bräuchte irgendwie so. Ganz, ganz unangenehm. Und du merkst halt bei der Stabilizing Repair Cream sofort nach dem Auftragen, dass die Haut beruhigt ist. Also das siehst du wirklich unmittelbar, dass die Rötungen dann genommen werden auf der Haut. Ja, und du hast ja auch gesagt, wir können ja auch zurückgreifen auf klinische Studien, die wir gemacht haben, die auch wirklich zeigen, dass das, was wir für Aussagen jetzt auch dazu treffen, dass die auch wirklich Hand und Fuß haben. Dass wir uns das nicht einfach ausdenken, sondern dass das tatsächlich so ist. Ja, jetzt haben wir ja bei Dermalogica auch noch immer ein zweites, ganz, ganz wichtiges Standbein, um das, was man auf der Haut erreichen möchte, also die eigenen Hautpflegeziele zu bekommen. Und zwar sind das ja unsere Kabinentreatments. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sich Gedanken darüber macht, welche Behandlung in der Kabine die richtige sein könnte? Ja, also gerade bei einer empfindlichen Haut ist man ja auch immer ein bisschen zurückhaltend, denkt, welche Gesichtsbehandlung könnte denn jetzt für mich richtig sein? Ja. Und speziell auf diese Hautbedürfnisse haben wir zugeschneidert die Dermalogica Pro Kalm Behandlung. Ah, okay. Das ist speziell eine Behandlung, da sind die Produkte, die Arbeitstechnik, die Massage auf diese Bedürfnisse abgestimmt, dass die Haut beruhigt ist, dass die Barriere gestärkt wird, damit sie einfach dauerhaft widerstandsfähiger wird. Und die Pro Kalm Behandlung, wenn ihr sagt, Mensch, das hört sich interessant an, dann könnt ihr auch bei uns auf der Website Dermalogica.de könnt ihr dann euer Institut in der Nähe finden, könnt dann auch die Pro Kalm Behandlung anklicken, um dann zu sehen, wo der nächste Hautpflegeexperte, die nächste Hautpflegeexpertin ist bei euch in der Nähe, der diese Behandlung anbietet. Ja, und was hast du jetzt für alle, die vielleicht sagen, ah Mensch, so eine Behandlung und meine Haut ist doch so empfindlich, ist das da das Richtige? Ich denke mal, es ist ja bei uns auch so, unsere Hautpflegeexperten und Expertinnen sind entsprechend geschult. Die wissen ja genau, was sie bei einer empfindlichen Haut machen dürfen und was nicht. Vielleicht für alle auch nochmal so ein paar Tipps für zu Hause. Was sind die absoluten No-Gos, wenn man seine empfindliche Haut zu Hause richtig pflegen möchte? Also an erster Stelle sind die Rubbelpeelings. Ein klassisches Rubbelpeeling oder wie wir auch sagen, mechanisches Peeling. Das sind häufig ganz grobe Körner. Diese Mechanik, diese Reibung reizt zusätzlich die Haut. Also da bitte unbedingt drauf verzichten. Und auch verzichten vielleicht auf die selbstgemachten aus Zucker und Olivenöl. Ja, genau. Weil hier haben wir keine abgerundeten Partikel, sondern wirklich scharfkantige Kristalle, die zu Mikroverletzungen führen können. Heißes Wasser auch vermeiden. Okay. Und generell auch so diese weniger ist mehr Regel. Also nicht unbedingt 20 Produkte hintereinander auftragen, sondern wirklich ganz auf die Haut abgestimmte Produkte, dass man nicht sagt, ich nehme jetzt noch ein Vitamin C-Konzentrat und dann noch ein Retinol, sondern wirklich weniger ist mehr. Weniger Reibung, weniger Hitze und auch weniger Produktmenge. Ja, super. Dann ganz, ganz lieben Dank an dich, Vera, für deine Infos zum Thema. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Skin Talk. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi.